Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Ehm, Jörg, Krebs und Butter. Was war ein Befeind? Der Angriff Steiner war ein Befeind! Der Schizzi! Was die da sagen ist unkey gepackt! Die Kräger reichen mir! von der Spass des deutschen Spasses! Sie ist ohne Ehre! Sie sind zum Gebrauch, weil sie die Jahre auf der Militärakademie zunderbracht haben, nur um zu lernen, wie man zerklangt! Ich hab das in die Welt gewünscht! Ich hab das Unterlande getan! Und da war ich alle noch, dass sie relativiert sind, ich bin Stahle! Doch hab ich ja dann, allein auf mich gestellt, ganze Robbe erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich doch vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! in ihrem eigenen Blut! Und die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse! Irren Sie sich gewaltig! Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie was Sie wollen! Ich bin froh! Ich bin froh! Ich bin froh! Vielen Dank.